Ende 2020 wollte Amazon mit ihrem Online-Luxusartikel-Shop Luxury Stores den Markt für Luxusgüter erobern. Allerdings kamen sie nicht gegen ihren Hauptkonkurrenten und Marktführer Farfetch an. Und Farfetch schafft es nicht nur enorm zu wachsen über die letzten Jahre, sondern sie sind eben auch Marktführer in dem Bereich. Und trotzdem sind sie seit Anfang des Jahres um 37,2% gefallen. Und naja, das obwohl sie sich gegen den größten E-Commerce-Konkurrenten überhaupt Amazon durchsetzen können und gegen ihn auch noch Marktführer bleiben. In dem Sinne schauen wir uns heute mal an, was Farfetch so gut macht mit ihrer Strategie und mit ihrer Planung, dass Amazon, Amazon das Monopol für alles, kaum eine Chance gegen sie hat. Und natürlich gucken wir uns an, ob die Aktie jetzt kaufenswert ist, eben nachdem sie so stark gefallen ist. In dem Sinne, viel Spaß beim Video und KPD. Also Hi Panther, herzlich willkommen zu dieser neuen Aktienanalyse zu Farfetch. Und heute gucken wir uns mal an, ja, was ist denn Farfetch überhaupt? Wer mit irgendwas gehört, mit Amazon, E-Commerce, Marktführerschaft. Aber was macht denn Farfetch jetzt eigentlich? Also insgesamt führen sie halt diese E-Commerce-Plattform, auf die wir gleich nochmal eingehen werden. Aber sie sind nicht nur direkt im E-Commerce tätig, sondern sie haben zum Beispiel im Jahr 2019 ein Unternehmen übernommen, was zum einen die exklusiven Lizenzrechte von Off-White gehört. Also nur sie können quasi Off-White-Produkte anbieten. Und da haben sie halt die exklusiven Rechte. Dann besitzt diese Tochter, die sie gekauft haben, auch noch ca. 75% bis 2025, sodass Unternehmen komplett übernommen werden, vom Modelabel Palm Angels. Das heißt, wir haben ja nicht nur E-Commerce-Bereiche im Unternehmen gegeben, sondern wir haben ja auch wirklich ein breit aufgestelltes Unternehmen, was sich nicht nur allein auf Luxus, E-Commerce fokussiert, sondern sie stellen sich nämlich im gesamten Luxusbereich breit auf. Wenn wir uns zum Beispiel mal die Anzahl der Kunden angucken, dann sehen wir, dass diese sich seit 2016 ca. verfünffachen konnten. Wir hatten ja 2016 gerade mal 600.000 Kunden. Jetzt sind wir gerade mal auch nur bei 3 Millionen Kunden. Also wir hatten zwar ein sehr, sehr starkes Wachstum, allerdings haben wir insgesamt jetzt noch gar nicht mal so viele Kunden. Zalando zum Beispiel hat 10 Millionen Kunden. Aber das Entscheidende ist nicht nur die Anzahl der Kunden. Denn das eigentlich Entscheidende ist, wie viel Geld bringt mir ein einzelner Kunde? Und wenn wir uns zum Beispiel mal die durchschnittliche Warenkorbgröße angucken, also wie viel ein Kunde im Durchschnitt in einer Bestellung quasi bezahlt und kauft, dann haben wir hier Werte über 540 Euro im Durchschnitt in allen letzten paar Jahren. Also wir haben ein bisschen Schwanken natürlich. Grundsätzlich ist aber die Tendenz immer über 540 Euro. Im Vergleich zu Zalando ist das knapp das Acht-, Neunfache. Zalando hat gerade mal einen durchschnittlichen Bestellwert von 65 Dollar. Ja, Farfetch im Jahr 2020 von 570 Dollar knapp. Also wir sehen hier, dass Farfetch zwar nicht so viele Kunden hat, aber mit den Kunden, die sie haben, halt knapp das Zehnfache wie Zalando verdient. Und wenn wir uns die Segmente von Farfetch angucken, dann sehen wir, dass sie 19% ihrer Umsätze mit der Brand-Plattform machen. Und dazu zählt alles, was ich bereits genannt habe. Ja, mit den Sachen wie zum Beispiel den einzelnen Marken, die sie zum Beispiel besitzen, wie zum Beispiel Off-White und Palm Angels. Dann besitzen sie aber noch mit 81% der Umsätze die Digital-Plattform. Und das ist auch mit Abstand das Interessanteste und auch das Segment mit dem höchsten Zukunftspotenzial. Weil wenn wir uns mal die Strategie dahinter angucken, dann sehen wir, dass es aus mehreren Bereichen besteht. Also wir haben zum einen die Plattform. Und erstmal, was ist denn überhaupt eine Plattform? Weil eine E-Commerce-Plattform ist nicht gleich ein E-Commerce-Versandhändler. Nehmen wir mal erstmal einen Versandhändler. Zum Beispiel Zalando macht es so, sie kaufen von irgendwelchen Unternehmen die Kleidung, die Klamotten, die Luxusgüter insgesamt auf und lagern sie in ihren eigenen Versandhäusern. Und das verkaufen sie dann auf ihrer Seite quasi weiter. Das sorgt natürlich dafür, dass man sehr hohe Kosten hat. Weil man muss lagern, man muss das zu sich liefern lassen und so weiter und so fort. Sehr hohe Kosten. Und natürlich möchten die Unternehmen ja auch noch irgendwo Gewinn machen und dementsprechend werden die das nicht so billig hergeben. Bei Farfetch ist es aber so, sie bieten ausschließlich, also nahezu ausschließlich nur die Plattform an. Was heißt das? Hier bieten sie quasi einen Marktplatz an. Einen Marktplatz, wo diese Unternehmen, also diese ganzen Luxus-Label etc., quasi ihre Waren anbieten können. Auf dieser Plattform bieten sie quasi eine Möglichkeit. Und natürlich auch für den Nachfrager. Also die Person, die eben von diesen Unternehmen kauft. Und diese zwei Parteien bringt Farfetch auf ihrer Plattform zusammen. Und nur deswegen würde ein Unternehmen natürlich nicht einfach auf Farfetch Plattform gehen. Ein großer und wichtiger Punkt ist vor allem, dass sie natürlich auch eine Breite an Serviceleistungen dazu bekommen. Also Farfetch stellt zum Beispiel noch eigene Fotografen bereit, die wirklich professionelle Fotos machen von diesen ganzen Produkten. Dann bieten sie ja noch ein Inventory-Management an, dass diese Unternehmen einzeln ihre ganzen Lager quasi managen können, die sie halt auf Farfetch anbieten wollen. Dann noch eigene Marketing-Tools, zum Beispiel gesamte Marketing-Kampagnen. Die sie auf ihrer Website ausspielen. Daran verdienen sie auch viel Geld. Dann bieten sie zum Beispiel noch Customer-Services an. Sie übernehmen quasi den Support für die Kunden. Dafür fällt natürlich für diese Anbieter auch nochmal ein enormer Aufwand weg. Dann natürlich auch das Fulfillment. Also sie bieten zum einen natürlich an, dass sie einfach nur die Unternehmen auf ihrer Plattform die Waren anbieten können. Aber sie bieten auch an, dass Farfetch den Versand übernimmt. Dafür nehmen sie dann zum Beispiel nochmal eine extra Gebühr. Und das Interessante ist, dass dieses Farfetch-System alles mit einer API verbunden ist. Was heißt das? Eine API ist quasi eine Schnittstelle, in der alle Informationen, die gesammelt werden, auf Farfetchs gesamten Ökosystem, auf allen Webseiten etc., die sie haben, gesammelt wird und quasi auf allen Webseiten verteilt wird. So, dass jeder darauf zugreifen kann. Aber eben genau auch diese Anbieter. Sie bekommen unzählige Kundendaten, die sie analysieren können und einfach sehen können, ah, was möchte mein Kunde denn überhaupt haben? Also sie können sich ganz spezialisiert auf ihre Kunden machen mit den Daten, die sie von Farfetch bekommen. Farfetchs Hauptgeschäftsmodell basiert eben darauf, dass sie Gebühren dafür verlangen, dass die Luxus-Molehäuser eben ihre Produkte auf Farfetch anbieten. Und der Vorteil, den diese Luxushäuser dadurch haben, ist, wenn wir das mal im Vergleich zum normalen Einzelhandel setzen. Beim normalen Einzelhandel verlangen sie bis zu 55 Prozent, je nach eigenen Angaben von Farfetch. Also ein enormer Kostenanteil geht verloren, weil die Gebühren an diese Einzelhandelshäuser insgesamt so hoch sind. So, Farfetch bietet mit ihrer Plattform aber die Möglichkeit, auch wenn die Gebühren erstmal hoch erscheinen mit 25 Prozent, trotzdem eine kostengünstigere Alternative als zur eigentlichen Konkurrenz. Ja, Einzelhandel, stationärer Handel. Und natürlich verdienen sie halt zusätzlich noch mit den Zusatzleistungen, die ich bereits genannt habe. Ja, Marketingkampagnen, etc. Aber auch noch 8 Prozent zusätzlich auf die Gesamtsumme, eben wenn sie noch zusätzlich die Lieferung übernehmen. Allerdings besteht Farfetch Plattform insgesamt nicht nur aus diesem Vertrieb von diesen Luxushäusern insgesamt. Sie bieten nämlich zum Beispiel noch ein einzelnes Reselling-Segment an. Privatnutzer können ihre eigenen Produkte auf Farfetch verkaufen, ihre gebrauchten Luxusartikel. Wie wir sehen können, können das MS-Taschen von Wert von mehreren 100.000 Euro sein oder Louis Vuitton-Taschen-Wert von mehreren 1.000 Euro. Und der Vorteil erstmal natürlich für die Leute, die es kaufen wollen, ist, ja, wenn du auf Ebay gehst, dann ist die wahrscheinlich sehr hoch, dass die MS-Tasche nicht aus Paris kommt, sondern aus der Türkei. Und das ist das große Problem. Dieses Vertrauen ist nicht da. Aber wenn dagegen jemand kommt, wie Farfetch, mit eigenen Experten, die diese Produkte erstmal kontrollieren, bevor sie sie reinstellen, dann gibt das natürlich ein gewisses Vertrauen. Plus, dass Farfetch natürlich ein international agierendes Unternehmen ist und dann nochmal mehr Vertrauen herrscht. Und davon profitieren natürlich auch die Leute, die ihre Luxusartikel, die gebrauchten, anbieten. Weil sie müssen nicht zig Monate warten und ihre Preise immer runtersetzen, damit überhaupt jemand mal was kauft, eben weil dieses Vertrauen so gering ist, weil sich kaum Konsumenten, Interessenten dafür finden. Ja, da haben sie natürlich auch nochmal einen enormen Vorteil durch Farfetch. Zusätzlich bekommen die Leute, die ihre Produkte auf Farfetch's Reselling-Plattform anbieten, kein Geld. Da denkt man sich, hä, wie? Kein Geld. Was kriegen die denn sonst? Ja, sie bekommen Farfetch-Credits. Und diese Farfetch-Credits wiederum können sie eben benutzen, um wieder neue Produkte auf Farfetch-Plattformen zu kaufen. Dann denkt man erstmal, ja, das ist ja nicht so attraktiv für die. Naja, wenn du eine Luxus-, eine Hermes-Tasche für 100.000 Euro besitzt, dann besitzt du mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch andere Klamotten, Luxus-Produkte. Und dann bist du auch dazu bereit, noch mehr zu kaufen. Ja, also wir sehen, man bindet den Konsumenten eben, also selbst der Verkauft, stärker an diese Plattformen. Und das ist auch noch ein enormer Vorteil. Aber auch wenn wir uns das Wachstum von Farfetch angucken, dann sehen wir, dass erstmal der Umsatz an sich, sich von 2016 von 181 Millionen US-Dollar auf 1033 Millionen, also über eine Milliarde, der Umsatz ansteigen konnte. Und der Gross Merchandise Value, also der Umsatz, der insgesamt über diese Plattform erzielt wird, weil Farfetch verdient natürlich an ihren Gebühren mit etc., das sind dann auch die Umsätze. Aber sie bieten ja noch an, also sie verdienen ja nicht 100% des gesamten Produktes, was ein Anbieter verkauft über ihre Plattform. Ja, nur diese 25%. Und dieser Gross Merchandise Value ist quasi der Umsatz aller abgesetzten Produkte auf dieser Plattform. Aber auch wenn wir uns das Wachstum an sich angucken, dann sehen wir das in den letzten 5 Jahren, mindestens immer ein Umsatz und Gross Merchandise Value Wachstum von über 40% erzielt werden konnte. Ja, in den vergangenen Jahren davor noch 70% knapp. Das sind natürlich exorbitante Werte und auch wenn das jetzt ziemlich gut aussieht, muss man natürlich für die Zukunft sagen, das wird keine 10, 20 Jahre so weitergehen. Ja, also da sollte man jetzt nicht zu viel Potenzial reinstecken, aber trotzdem schafft es Farfetch ziemlich stark zu wachsen. Wenn wir uns mal das Brand-Plattform-Segment ein bisschen genauer angucken, Ich hatte bereits erwähnt, dass sie ein Unternehmen übernommen haben, was die exklusiven Lizenzrechte für Off-White besitzt und Palm Angels als Unternehmen. Und das ist die New Guards Group. Die haben sie nämlich für ca. 700 Millionen US-Dollar übernommen. Und was wir hier einfach sehen können, ist, obwohl sie hier nichts weiteres tun, als einfach grobe Textilien zu verkaufen, Hier wird keine enorme Technologie mit einbezogen, sondern einfach nur High-Fashion-Top-Brands verkauft. So, und damit konnte der Umsatz sogar stärker als die Digital-Plattform wachsen. Über 100% von 2019 auf 2020. Nur mit Textilien. Und wir sehen, dass wir nicht nur diese E-Commerce haben, sondern wir haben auch einen stark wachsenden Bereich mit sehr, sehr starken Marken nebenbei. Was aber noch interessanter eigentlich ist, ist der Store of the Future bei Farfetch. Man versucht sich nicht nur auf E-Commerce und den High-Fashion-Brands zu fokussieren, sondern auch auf den Einzelhandel. Denn der Einzelhandel spielt in der Luxusindustrie eine sehr, sehr hohe Rolle. Weil innerhalb dieses Einzelhandels können diese Luxusmarken, diese ganzen Luxushäuser, Louis Vuitton, Chanel, Yves Saint Laurent, oder wie sie sonst alle heißen, sehr individuelle Erfahrungen und sehr luxuriöse Erfahrungen bieten, die natürlich auch mit der Marke assoziiert werden. Zum Beispiel, wenn du in einen Louis Vuitton-Shop gehst, kriegst du den Champagner serviert. Dann bekommst du zum Teil auch eine Zigarre. Du bekommst individuelle Beratungen. Du kriegst zum Teil ein Concierge zugeteilt. Jemand, der sich wirklich im Bereich Beratung etc. auskennt und dafür auch sehr lange trainiert hat. Hier hast du wirklich eine sehr individuelle Erfahrung in diesem Einzelhandel. Und der wird höchstwahrscheinlich im Luxusbereich auch nicht aussterben. Und darauf spekuliert oder darauf zielt quasi Farfetch auch ab, dass sie aber auch davon profitieren. Sie bieten zum Beispiel verschiedene Möglichkeiten an, mit ihrer API, diese Schnittstelle, die ich bereits erwähnt hatte, eben mit diesem Store zu verknüpfen. Dann gibt es da zum Beispiel Augmented Reality, dass man da zum Beispiel Sachen exklusiv so anprobieren kann. Dann gibt es da zum Beispiel Touch-Displays etc., die mit der Plattform verbinden. Und dabei kann dieser Store eben auf die Daten von der Farfetch-Plattform zugreifen. Also die haben diese ganzen Kundendaten etc. als Verfügung. Und mit diesen Kundendaten können sie natürlich viel personalisierter diese Kunden ansprechen, ja, weil sie eben wissen, was die Kunden haben wollen. Und genau das bietet natürlich für diese ganzen Einzelhandels-Stores natürlich einen immensen Vorteil. Am Anfang haben wir uns ja die Frage gestellt, warum gehen jetzt diese ganzen Luxus-Anbieter-Marken zu Farfetch und nicht zu Amazon? Also, die Antwort ist eigentlich ganz simpel, denn, naja, wenn du jetzt eine Luxusmarke hast, ja, du verkaufst deine Produkte, so ein Gucci-T-Shirt für, ja, 400 Euro. So, das Wenigste, das Geringste, was du jetzt möchtest, ist, dass deine Produkte neben irgendwelchen Produkten stehen, die, keine Ahnung, 50% rabattiert sind, weil Rabatte, na gut, es muss ja immer einen Grund haben, warum ein Produkt rabattiert wird, weil die Leute es nicht haben wollen oder weil man eben darauf gezwungen ist, wenn man sonst das Lager nicht leer kriegt. Zudem auf Amazon ist es zum Beispiel auch noch so, dass natürlich eben sehr viele Rabatte vorhanden sind, plus natürlich auch sehr viele Fälschungen kursieren, ja, und Billigprodukte und, ähm, noch sehr No-Name-Produkte, ja, aber wenn du dagegen auch Farfetch deine Produkte anbietest, neben unzähligen anderen Luxusmarken, die auch in deinem Preisbereich sind, ja, die ein gutes Image haben, etc., dann wird deine Marke natürlich höher gewertet und wenn du so einen gigantischen Aufschlag, ja, ein Gucci-T-Shirt für 350 Euro, die kosten in der Produktion nicht viel mehr als das Kick-T-Shirt, ja, und trotzdem, nur weil da Gucci draufsteht, bezahlst du die 350 Euro. Und genau das wollen sie aufrechterhalten und das schaffen sie nicht, wenn ihre Marke zerstört wird, wenn sie mit irgendwelchen negativen Bedingen assoziiert wird. Das heißt nicht umsonst, eine Marke aufzubauen dauert mehrere Jahre, wenn nicht sogar mehrere Jahrzehnte, aber zerstört werden kann eine Marke innerhalb von einer Nacht. So, der nächste Punkt ist natürlich auch eine Vision. Ich schätze es sehr an Unternehmen, wenn sie eine Vision, eine einheitliche Strategie haben. Und das ist bei Farfetch das Luxury New Retail. Was heißt das? Das bedeutet quasi, dass sie die gesamte Luxusindustrie digitalisieren wollen. Und das gefällt mir sehr gut, ganz einfach aus dem Grund, oder das ist allgemein sehr gut, weil sie damit nicht nur auf den E-Commerce gehen, sondern auch nur auf einzelne High Fashion Luxusmarken, die sie besitzen und den Einzelhandel. Also man deckt quasi den gesamten Luxusmarkt ab, was natürlich auch ein guter Punkt mit Diversifizierung ist. Customer Experience ist natürlich der nächste Punkt. Also durch die gigantische Menge an Daten, die man hat, fokussiert auf Luxuskunden, die sehr viel Geld bereit sind auszugeben auf der Plattform, sammelt man natürlich sehr viele Daten, die diese Luxusmarken, die ihre Produkte anbieten, natürlich verwenden können. Sie können viel personalisierter ihre Produkte verkaufen. Und das können natürlich Konkurrenten nicht so im Umfang bieten, wie es Farfetch tut. Außerdem haben wir auch einen CEO, namens Jossey Nevis, oder so, der einen Anzahl von 13% circa des Unternehmens hat. Was ist das Positive daran? Grundsätzlich möchte ich das immer, wenn ich in ein Unternehmen investiere, soll mein CEO auch investiert sein. Warum? Ja, ich sag's mal so, wenn dieser CEO jetzt verantwortlich ist, dass das Unternehmen jetzt für ein Jahr schlecht wirtschaftet, Milliarden an Verluste macht, dann kann es ihm egal sein, weil er keinen Cent von dem Unternehmen besitzt. Aber wenn dagegen das Unternehmen jetzt mal ein Jahr richtig gut läuft, und ja, zig Milliarden Gewinn macht, absolut am steigen ist, kann es ihm auch egal sein, weil er keinen Cent von seinem Unternehmen besitzt, sondern einfach nur seinen CEO gehalten bekommt. Dann wird er vielleicht mal ausgewechselt, geht er zum nächsten Unternehmen und so weiter und so fort. Also wir sehen, man hat eine viel höhere Motivation als CEO, wenn man auch wirklich am Unternehmen beteiligt ist. Wenn wir uns mal das Zukunftspotenzial angucken, dann ist das zum einen noch Social Media. Warum Social Media? Man mag jetzt sagen, ja, mehr Marketingmethoden und so, man kann besser die Produkte verkaufen. Nein, das meine ich nicht. Ein wichtiger Punkt auf den gesamten Luxusmarkt bezogen ist, das Social Media. Nehmen wir mal zum Beispiel Instagram. Ich habe 24-7 die Möglichkeit zu zeigen, was ich gerade trage. Mein neues Gucci-T-Shirt, keine Ahnung, den Dior-Pulli, die Montclair-Jacke, was weiß ich. Ich kann jederzeit meinen Status zeigen, das, was ich besitze. Und wir Menschen sind einfach süchtig nach Status. Und Social Media gibt uns jetzt die Möglichkeit, das jederzeit, um jede Uhrzeit zu zeigen. Und das ist der Unterschied zu früher. Wann konntest du denn früher mal deinen Luxus, deinen Status zeigen? Da konntest du vielleicht mal im Einkaufszentrum rumgehen, zeigen, was du trägst, in der, keine Ahnung, in der Luxusgasse, wo sehr viele Luxushäuser da stehen, sehr viele Boutiquen etc. In der Schule, wenn du da rumlaufst, in der Arbeit, keine Ahnung. Aber insgesamt, jetzt hast du die Möglichkeit, das immer zu zeigen. Dein Idealbild quasi aufzubauen auf Social Media. Und da helfen eben diese Luxusprodukte sehr gut. Und das sorgt natürlich dafür, dass dieser Markt insgesamt noch sehr, sehr stark wächst. Eine weitere Chance ist vor allem der Wachstumsmarkt China. China macht inzwischen schon, ja, circa 50% des gesamten Luxusumsatzes weltweit aus. Und Farfetch hatte jetzt hier eine Kooperation mit Alibaba und Richemont. Und hier wollen sie nämlich den gesamten Luxusmarkt E-Commerce in China erobern. Und wenn man da Alibaba, die größte E-Commerce-Plattform in ganz China und die zweitgrößte auf der gesamten Welt, als Partner dabei hat, dann hat man natürlich schon eine sehr große Infrastruktur, mit der man quasi in diesen Markt einsteigen kann. Dafür muss man sagen, sind Richemont und Alibaba insgesamt, die besitzen zusammen circa so 50% von der Tochter in China. Das ist ein relativ negativer Punkt. Aber wenn man daran denkt, was für Plattform-Effekte, was für positive Effekte diese Partner bieten können, dann gleicht das das natürlich wieder auf. Und wir haben hier einen gigantischen Markt. Ja, 2025 soll der Chinese Luxury Market über 150 Milliarden US-Dollar betragen. Wir haben da eine sehr junge Konsumentenschaft. Und wie wir eben gesehen haben, der Status ist vor allem wichtig für Jungere. Und genau hier kann sich natürlich dadurch eine sehr hohe Nachfrage bilden. Und wenn wir uns zum Beispiel mal den Gesamtmarkt für E-Commerce angucken oder auch für Luxus, dann sehen wir einfach, dass dieser Luxusmarkt jetzt 200 Milliarden Euro groß ist im Jahr 2021 und bis 2030 430 bis 460 Milliarden Euro groß sein soll. Und eben da Farfetch so breit aufgestellt in diesem Markt ist, profitieren sie nicht nur vom E-Commerce-Wachstum, wie wir das jetzt hier sehen können mit der E-Commerce-Penetration-Rate, die 2017 bei 9% lag. Also 9% aller Umsätze wurden im E-Commerce-Bereich gemacht. Und jetzt 2030, also jetzt ungefähr 2020, betragen sie ungefähr 20 bis 25% und 2030 über 30%. Was ich damit sagen will, ist, man profitiert nicht nur vom E-Commerce-Wachstum, sondern auch vom Gesamtmarkt. Also man hat hier quasi eine Art doppelte Zukunftschance, wenn man von zwei Wachstumsmärkten quasi gleichzeitig profitiert. Aber wie gesagt, wenn wir uns das Unternehmen fundamental angucken, dann sehen wir, dass das Wachstum abnormal ist. Also wir haben ja Umsatzwachstumsraten von über 40 bis 70% in den letzten 5 Jahren und ja, das spiegelt sich halt im Umsatz wieder. Dafür muss man allerdings auch sagen, dass das Unternehmen, und das ist auch der größte Kritikpunkt am Unternehmen, unprofitabel ist. Und gut, man muss jetzt sagen, 2020 hatten wir einen besonderen Effekt. Das lag zum einen an Änderungen in der Bilanz, aber auch durch die Übernahme von den Nougats Group. Ja, wir haben ja bereits erwähnt, Off-White und Palm Angels. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass wir jetzt einmalig sehr hohe Verluste haben. Trotzdem, nichtsdestotrotz, dass wir die Sondereffekte haben, muss man sagen, das Unternehmen ist nicht profitabel. Und hier liegt natürlich ein großes Risiko, naja, weil das Geld muss ja trotzdem irgendwo herkommen. Und diesen einmaligen Sondereffekt in der Bilanz sehen wir halt eben auch zum Beispiel eine Einkapitalquote. Wir werden jetzt genau deshalb nicht so stark auf die Bilanz eingehen, weil sie halt eben stark verwässert ist. Und wenn wir uns mal ehrlich sind, wenn wir uns so ein Wachstumsunternehmen angucken, dann ist natürlich die Bilanz wichtig, aber viel wichtiger ist die Vision und die Story dahinter. Weil wir machen hier kein Value-Play, wir machen eine Spekulation, dass wir einen Ten-Bagger haben. Und dafür geht man auch mehr Risiko ein und dafür geht das Unternehmen auch mehr Risiko ein, weil sie nicht auf Gewinn setzen, sondern auf den höchstmöglichen Wachstum, um eben der Marktführer in dem Bereich zu werden. Fassen wir das Ganze mal zusammen. Also wir sehen, dass Farfetch bietet ein gesamtes Luxus-Ökosystem. Sie haben nicht nur den E-Commerce-Bereich, sie haben den Retail-Bereich, den sie disruptieren, aber sie haben auch die einzelnen Marken, die sie bieten. Zudem haben sie natürlich auch eine Vision mit diesem Luxury-New-Retail. Man versucht natürlich, diese ganze Branche zu digitalisieren und einen Mehrwert zu bieten für diese einzelnen Luxushäuser. Und da sie eben so stark profitieren, vor allem von den Daten etc., die sie bieten, ist das natürlich auch sehr attraktiv für diese. Natürlich ein weiterer Punkt ist auch das Image, was sie haben. Die Anbieter gehen nicht zu Amazon, sondern sie gehen zu Farfetch, weil ihr Image nicht beschädigt werden soll, damit sie weiter so viel Geld für ihre Produkte verlangen können. Die Marktpositionen der Borgram sind natürlich auch ein enormer Vorteil. Also diese Marktposition sorgt natürlich dafür, dass man auch Kostenvorteile hat. Und das ist natürlich ziemlich wichtiger für die Anbieter, die möchten halt möglichst viel Geld damit verdienen. Und wenn jetzt jemand neu auf den Markt kommt, dann wird er eben nicht die Kondition, die Breite an Kunden, die Farfetch jetzt besitzt, die Menge an Daten, die sie besitzen, einfach bieten können. Und da hat einfach jetzt Farfetch schon den Pioniervorteil, weil sie als erstes da waren und jetzt auch bisher am schnellsten und stärksten gewachsen sind. Natürlich haben wir aber auch negative Punkte. Und das ist zum einen natürlich die Profitabilität, weil, naja, jedes Jahr, wo Geld verbrannt wird, muss das Geld wieder reingeholt werden. Und das geschieht mit Kapitalerhöhungen. Das heißt, mehr Aktien werden ausgestellt, wodurch wir, wenn wir Aktien von Farfetch besitzen, natürlich weniger von den Gewinnen quasi profitieren, weil die Gewinne, die auf mehrere Aktien aufgeteilt werden. Davon sind wir natürlich als Aktionäre negativ beeinflusst. Oder sie machen es halt so, dass sie halt neue Schulden aufnehmen. Und dadurch haben sie halt eine höhere Zinslast. Und diese Zinslast drückt natürlich auch die Profitabilität. Und umso mehr Schulden man aufnimmt, umso mehr muss man natürlich zurückzahlen, was langfristig auch negativ ist. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch der stationäre Handel. Wenn wir uns zum Beispiel mal angucken, wie gesagt, diese Luxusbranche fokussiert sich stark auf diese Einzelhandelsläden. Und die werden wahrscheinlich nicht aussterben. Auch wenn dieser Markt leicht disruptiert wird, wird er immer noch ein integraler Bestandteil für diesen Gesamtmarkt sein. Auch wobei man sagen muss, da kann man natürlich entgegen argumentieren, dass sie auch hierfür etwas bieten. Aber natürlich nicht in dem Umfang, wie sie es mit ihrer E-Commerce-Plattform tun. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch die Bewertung, auf die wir jetzt eingehen werden. Und hier sehen wir einfach, dass der unbereinigte KUV 5,57 beträgt. Also man bezahlt quasi für das 5,57-fache der Umsätze, um dieses Unternehmen zu besitzen. Aber jetzt kommt der Punkt unbereinigt. Das heißt, ich habe ja bereits eben genannt, dass das Unternehmen, um sich weiter zu finanzieren, mehr Aktien ausstellen muss, um Kapital einzusammeln. Damit sie nicht pleite gehen. Das Geld muss irgendwo herkommen. Ja, und das ist genau der Fall. Und wenn man genau das mit einberechnet, diese Mehrzahl an Aktien, die ausgestellt wird für 2021-2022, äh, 2021-20, dann haben wir nämlich ein KUV bereinigt von 9,54 für 2,21 und für 2,22 von 6,88. Und das ist halt ein immenser Unterschied. Naja, weil es eben das Doppelte ist. Also wir haben hier keine günstige Bewertung gegeben. Also kommen wir mal zu meiner Einschätzung. Würde ich das Unternehmen zum jetzigen Zeitpunkt kaufen? Ja oder nein? Der Punkt ist, ich ertrachte das Unternehmen als das Stärkste in ihrer Branche und auch mit einer breiten Ausstellung. Die Strategie ist absolut genial. Die Vision ist genial. Das Management ist genial. Die Produktpalette ist genial. Aber jetzt kommt der Punkt, weil so viele neue Aktien ausgestellt werden, weil so viele neue Schulden aufgenommen werden, wird hier einfach kein Shareholder-Value geschaffen. Für den Aktionär wird kein Mehrwert geschaffen. Und das gleichzeitig bei einer sehr, sehr hohen Bewertung. Die Aktie ist 62% gefallen. Das ist aber kein Indikator dafür, dass die Aktie jetzt billig ist. Und deshalb bleibt das Unternehmen auf meiner Watchlist. Ich werde das Unternehmen weiterhin beobachten und auch Updates dazu geben, ob ich in der Zukunft jetzt eingestiegen bin. Aber zum jetzigen Kurs würde ich diese Aktie tatsächlich nicht kaufen. In dem Sinne würde mich natürlich auch mal interessieren, was sagst du denn zu der Aktie? Weil, naja, meine Sicht ist relativ neutral bis auf diese Bewertung und diese Aktienverbesserung, Kapitalaufnahme etc. Ja, soviel zu mir. In dem Sinne war es das schon zu der Aktienanalyse. Wir sehen uns im nächsten Video und Carpe Diem. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020